Hallo liebe Freunde, zu dem Spätjahrfest in der Bibel gibt es wieder eine Sonderaktion der Nature23 Bibelübersetzung des Neuen Testamentes. Vom 1.10. bis zum 31.12.2020 bekommt jeder, der diese Übersetzung liebgewonnen hat und nach dem Kauf eine 5-Sterne-Bewertung dem Band 11 hinterlassen hat, geratest das Buch Offenbarung Band 12 als Hardcover in Farbe zugesandt an eine Adresse seiner Wahl. Das gilt für Band 11 als E-Book oder Buchdruck. Im günstigsten Fall zahlen sie nur 89 Cent für das E-Book, egal ob sie es nutzen möchten oder nicht, und bekommen das Gratis-Buch zugeschickt. Dieses gilt auch für alle 37 Personen, die diesen Band schon bewertet haben auf Amazon. Zudem haben noch nicht alle Helfer und Unterstützer des Bibelübersetzungsprojektes den Gratis-Farbband 11 erhalten. Jene möchten sich nochmal melden über nature23 bibelatafreenet.de oder per WhatsApp oder Telegram-Nachricht an 01577 5780461, falls sie bei der ersten Druckscharge im Jahr 2018 bis 2019 leer ausgingen. Zudem wird Band 11 auf Amazon als Buchdruck mit einem 50% Rabattgutschein von Amazon von mir erstattet an eine E-Mail ihrer Wahl. Die ersten 20 Käufer vom Band 11 Buchdruck in dem Aktionszeitraum bekommen sogar 100% des Kaufpreises als Amazon-Gutschein zurück. Gilt auch nur für Käufer, die zufrieden sind und eine 5-Sterne-Bewertung bei dem Band hinterher hinterlassen. Bitte beachten Sie, dass bis Ende 2020 die E-Books und Buchversionen 10-50 Cent günstiger zu bekommen sind, wegen der Mehrwertsteuersenkung. Ich wünsche weiterhin viel Spaß beim Vergleichen und Studieren der Textunterschiede Textus Rezeptus mit Neste Arland in der Nature23 Interlinear Übersetzung des Neuen Testamentes. Shalom.